Wir saßen am Beckenrand und redeten über Retro-Pornos, als auf einmal diese verpixelte Frau auftauchte. Sie öffnete ihre Hände und zeigte mir ein kleines blaues Männchen. Dann sagte sie, er vertraut dir. Sie ging und wir blieben zurück, perplex. Und ich fragte mich, wo kommt auf einmal diese Luft in meinem Bauch her? Ich hörte mich, was ich hatte玻璃. Und ich fragte mich, wo ich da? Und ich fragte mich, wo ich bin. Ich fragte mich, was ich da? Ich fragte mich.